Wer zum Teufel ist das? Er heißt John, du kennst ihn. Wo ist der kleine Mick? Den konnte ich nicht auftreiben. Verdammte Scheiße, warum hast du mir nichts gesagt? John ist gut. Er ist okay. Bitte sei nett. Auf los geht's los, he? Scheiße. Weißt du, wenn ich dran denke, was du für einen Ruf hast, bin ich überrascht, was du für ein kleines Persönchen bist. Sieh dich an. Du könntest dir doch gleich Bankräuber auf deine Scheißstirn schreiben. Der war gut. War kein Witz. Ihr habt dreieinhalb Minuten Zeit. Wenn der Alarm losgeht, müsst ihr in 45 Sekunden draußen sein. Komm, Killer. Sie wünschen? Auf den Boden. Verzeihung, Sir. Überfall, ihr verdammten Scheißer! Auf die Knie! Sonst knallen wir jeden einzelnen Fall euch ab! Worauf wartet ihr? Runter mit euch! Dauert nur noch eine Minute! Danach können wir alle glücklich weiterleben! Scheiße! Runter mit euch! Runter auf den Boden! Halt sie mit der Knarre in Schach! Gib sie mir, mein Sohn. Was sagen Sie da? Auf die Knie, verfluchte Scheiße! Wenn er bis drei nicht unten ist, knall ihn ab! Lieber Himmel! Eins! Liebling! Sei still! Zwei! Oh! Haus! Hör doch rauf! Niemand bewegt sich! Dann passiert auch keinem was! Entschuldige, Schätzchen! Du hast dir vor Angst ja fast in die Hosen gepisst! Tut mir verdammt leid, ist mir echt noch nie passiert! Es war abgemacht, dass du einen Wagen wartest! Hätte ich ihm kein Schimmer gebraten, bleibt ihr immer noch da drin! So ein Schwachsinn! Ich glaub, ich muss kotzen! Oh! 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 Wisch dir wenigstens den Mund ab! Ich hab kein Taschentuch! Ich hab doch gleich gewusst, dass du alles verboxt, du beschissener Psychopath! Also bis zum nächsten Mal! Du hast wohl einen Arsch offen! Puh! Du hast wohl einen Arschentuch! Vielen Dank.